Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die psychisch Behinderten unter Ihnen hat sich der Nationalrat ein übels Weihnachtsgeschenk ausgedenkt. Renten, die bei pathogenetisch- etiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung überprüft, heisst sie in der Schlussbestimmung von der IV-Revision 6a. Pathogenetisch- etiologisch unklar heisst auf Deutsch, dass man die Ursache und die Entstehung von einer Krankheit oder Behinderung nicht erklären kann. Das trifft laut einem Gutachten, das die Promete Sana in Auftrag gab, unter anderem eben auch auf fast alle psychischen Behinderungen zu. Wenn die IV-Revision also so umgesetzt wird, heisst das, dass 90'000 IV-Rentner in den nächsten Jahren ihre Enten verlieren könnten. Diese Bestimmung hat das Parlament recht kurzfristig und ohne sie genau abzuklären noch beschlossen. Es sind auch noch weitere Verschärfungen in die Revision reingenommen worden. Die IV kann Versicherte in Zukunft dazu zwingen, bis zu einem halben Jahr lang ohne Arbeitsvertrag und ohne Lohn in einem Unternehmen zu arbeiten. Sie kann nichts beim Strassenverkehrsamt anschwärzen, damit sie ihren Brief abgeben müssen. Und mit der IV-Revision 6b, die ja erst noch kommt, kann dann die IV-Versicherte sogar zu Operationen zwingen, ohne dass sie haftbar ist, wenn die Operationen schief gehen. Wenn man also an einen ekligen Sachbearbeiter geraten, von dem es bei der IV ja ein Paar gibt, dann kann das einem das Leben zukünftig sehr, sehr schwer machen. Für die Unternehmen gibt es auf der anderen Seite selbstverständlich keine Auflagen. Im Gegenteil. Sie können rechtlose Arbeitskräfte bei der IV holen, müssen aber selber überhaupt nichts tun, um Leute zu integrieren und sind dazu auch überhaupt nicht bereit. Das hat eine Umfrage von der Poem Firmis ergeben. Eingliederung vor Rente heisst also aus dem Maul vom Nationalrat nichts anderes, als den Leuten Rente wegzunehmen und sie fertig zu machen, wo man noch kann, ohne Rücksicht auf ihre Grundrechte. Ja, und wenn unsere Nationalräte mit dieser unglaublichen Vorlage durchkommen, kann man ja nur erahnen, was sie dann bei der Revision 6b noch kurzfristig alles für neue Sauereien reinnehmen werden. Damit ist eine Sache klar. Es braucht ein Referendum. Assistenzbeitrag hin oder her. Darum bitte ich Sie, schreiben Sie den Promentesana, den Poem Firmis, SP, Grünen, Gewerkschaften, FMH, jedem, was Ihnen einfällt, und machen Sie Druck, dass diese ein Referendum ergreifen. Das darf nicht so ins Gesetz hinein. Es kann nicht sein, dass man Behinderte so zum Abschluss frei gibt. Vielen Dank.